Till Schweiger, 55, ist ein echtes Multitalent. Der Deutsche ist bekannter Schauspieler, Produzent, Regisseur und hat sich auch als Drehbuchautor bereits einen Namen machen können. Ebenfalls nennt er auch Hotels und Restaurants sein Eigen. Jetzt will sich der frisch gebackene Single ein weiteres Standbein aufbauen und folgt damit dem Vorbild seines Urgroßvaters. Till bringt bald seine erste eigene Schuhkollektion auf den Markt. Wie die Gala berichtet, designt der 55-Jährige in enger Zusammenarbeit mit dem Kreativteam der Marke Sioux eigene Schuhe. Die Leidenschaft dafür scheint er von seinem Urgroßvater geerbt zu haben, denn der war nämlich passionierter Schuhmacher. Auf seine neue kreative Aufgabe angesprochen, kommt Till regelrecht ins Schwärmen, ich habe mir immer Schuhe gewünscht, die sowohl lässig, stylisch und auch bequem sind. Die Kollektion kommt ab April in limitierter Auflage in die Geschäfte und wird auch in Onlineshops erhältlich sein. Vom Ledersnicker bis zum Bikerboot soll für jeden etwas dabei sein, so dass auch garantiert Urgroßvater Schweiger ganz stolz gewesen wäre. Instagram, Till Schweiger, Till Schweiger, Schauspieler und Regisseur Anzeige Mischke. André Till Schweiger, Schauspieler Anzeige Getty Image, Till Schweiger 2015 in Berlin Anzeigetipps für Promiflash. Schauspieler Anzeigetipps für Promiflash.